Ich hab halt nur 80 HP, ich muss einen irgendwie nocken. Ich verschenke meinen seltensten OG Account mit Renegade Raider, OG Skull Trooper, OG Ghoul und Schwarzer Ritter und sogar noch mit Renegade Raider Spitzacke und Aerial Assault Trooper Hängegleiter. Alles was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent von diesem Kanal sein, dieses Video hier leiten, Creator Code, wie wir es im Item Shop eintragen und euren Epic Games Namen so oft es geht kommentieren. In genau zwei Wochen, also ihr habt die nächsten 14 Tage Zeit unter jedem Video zu kommentieren. Und es bekommt nicht derjenige den Account, der am meisten Glück hat, sondern der am meisten supportet, der wirklich jedes Video zu Ende schaut, unter jedem Video richtig viele Kommentare schreibt. Also ich werde mir auch immer die Kommentare durchlesen. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr aktiv seid. Und wie gesagt, ich werde mit dem Gewinner in genau zwei Wochen zusammen eine Du-Runde als Video hier auf meinem YouTube-Kanal aufnehmen, dass ihr auch seht, dass es echt ist. Und wenn ich das in Zukunft öfters machen soll, einfach Support ist kein Mord. Danke für alles Freunde und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, schon wieder ein Mord. Hi Leute. Ja, was soll man machen? Egal, wir holen auch zu dritt, vertrauen mir. Oder glaubst du mir? Ja, Bruder. 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 Das ist, das ist. Das ist? Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist C-Max. Na, hör mal. Next Snowskin, das ist sein, das ist ein Account. Ich kenn ihn. Ich guck sein Video-Kimmer. Ich kenne ihn jetzt. Walla, das ist C-Max. Walla. Next Snowskin, ich kenn den Account. Ja, und das ist C-Max. Ey, äh, du mich mal auf, wenn ich das mache. Ey, komm, bitte, Bruder. Was ist denn das für eine Aussage? Ey, er spielt sogar, er spielt sogar auf, äh, Playstation, der Irrenmann. Ich bin gestorben, Hube. Nein, nein, komm. Das ist wirklich C-Max. Ey, sind wir im Video drinne? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Video. Aber kannst du dann, äh, kannst du dann, äh, im Video grüßen, weil ich geh dann auf YouTube. Okay. Wie heißt du? Also beim nächsten Video. Äh, Damon. Also, wie in Fortnite halt einfach. Oh. So kann ich, try it in. Ich hab gelasert, ich hab gelasert, geil. Ey, Jungs, was macht ihr denn da? Ich bin einfach gestorben. Das ist ein Arena-Spieler. So. Jungs, wie alt seid ihr? 15. Äh, 15. Dinger, komm, 15. Äh, 13, du bist 12, du bist 12, du bist nicht. Ach, hör mal. Ah, hör mal. Digga, hörst du dir. Das ist nicht. Digga. Da steht die Hälfte nicht, aber ja. Du hast auch mal, du hast auch mal Dings gespielt hier, diese Roblox-Fordner 2.0, das Video hab ich auch gesehen. Ja. So sei, Müll. Du bist immer, du bist immer gestorben. So war genau enttiltet. Das hab ich so aggressiv gemacht. Du bist ausgerastet. Oh, Mann. So. Aber ich feier deine Videos, die sind richtig geil. Danke, ich küsse dein Herz. Der ist fake, Baby. Mann, das ist, das ist wirklich nicht, äh, Zemex, weil ich kenn diesen Account. Und ich mache einenautres Knopf, der hat auch, ähm, gespielt. Kennst du, ich 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 kennst du. Wehen? Anruf. 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 Ne, wer ist das? Das ist ein YouTuber. Ich bin dead. Oh mein Gott. Ja, ja, hau ab, hau ab. Ich schaue es auf seine Karte. Nein, ich brauche es. Soll ich seine Karte holen oder nicht? Ich bekomme es eh hin. Nein, 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 mach nicht, mach nicht, mach nicht, mach nicht. Tu es ab, ja, ja. Du bist schon dead. Nee, ich sterbe nie. Ja, aber die sind gut, die sind gut. Nein, 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 hau ab, hau ab. Hau ab, vertrau uns, vertrau uns. Ja, okay, hau ab, ich mach mal weiter. Ich muss ein Bild machen, Alter, es geht uns nicht anders. Können wir da noch eine Runde? Weil die Runde ging zu schnell und ich bin gebraucht. Ich hole euch doch. Ja, die werfen Granaten. Ihr müsst direkt wegrennen, okay? Oh mein Gott. Ja, wir fliegen weg, fliegen weg. Komm, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, wird schwer. Du ein Video drauf willst, das ist doch dein Kultus. Digga, das ist mein Wunsch, wirklich. Ich will in einem Video sein von einem YouTuber, wenn ich an einem YouTuber treffe. Das ist richtig geil. Ich hoffe, ein Ding zu tun, wer, 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 wer. Ich kenne einen Freund von mir, der hat schon, äh, Systems hier in Granaten Dreams getroffen. Der hatte auch unnormal Glück, weil der hatte gerade ein Video gemacht. Welche YouTuber kennt ihr so? Meinst du diesen, achso, der mit der diesen krassen Account hat? Ja, 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 mit Renegade Radom, wo du auch auf die, mal, den Account gelegt hast. Einer wird. Du kannst Corona haben, du kannst Corona haben. Der schlägt bei mir, oh mein Gott. Bist du gegen so ein komischer Wort gelaufen? Warte kurz, einfach nimm meinen Kopf und reden, wenn du willst. Oh, geht, oh, was du scheiß, Digga. In dem Gebüsch, oder was? Nein, Digga, ich hab ihn nicht gesehen, der kämpft da unten. Ist das der echte D-Mex? Ja, das ist der echte D-Mex. Oh mein Gott, das ist zu viel. Ach du Scheiß. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay. Oh mein Gott. So viel, zu viel. Power, 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 power. Ja, ich hol eure Karten gleich. Aber gib ihm wieder, ähm, Erfan, gib ihr Yusuf wieder Kopfhörer. Ich bin doch schon da, bevor du da bist. Ich bin doch schon da. Echt zu viel, weil es geht auch nicht, dass ich das Spieltion machen muss. Also, Screenshot auf Playstation hab ich schon gemacht, aber... Nehmen wir uns das Spieltion machen. Oh, Digga, die gönnen sich jetzt Fett-Tresor. Oh, Bigshot, lös mich an, was wird der? Oh. Wann mach ich das jetzt? Bleib am Pressen und begegnen. Ja, ja, wenn die kommen, dann gehst du weg einfach. Scheiß auf unsere Karten. Nein, nein, ich hole eure Karten, alles ist gut. Okay. Digga, die Bitch hat legt mich die ganze Zeit an. Die sehen dich nicht, die sind dumm. Komm, die sehen dich voll lange bei dem Ding in den Augen. Nein, 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 mach nicht, mach nicht, mach nicht. Och, Digga, das ist so geil mit deinem YouTuber zu spielen. Du weißt schon, wir sind fünfmal gestogen. Ja, ich weiß, es ist zwar, es ist ja ein bisschen peinlich, aber... Nein, muss... Nimm seine, nimm seine Tiefel. Ja, was kämpft er dort, Digga? Du kannst mit der Schockwekanade weg. Ja, voll der komische Mann. Ne, alter, was macht er denn dort? Hier ist jetzt gekommen. Ich kann's gucken. Nein, nein, ich will nach oben. Nein, er muss... Nein, 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 renne einfach in den Sohn. Ja, das war's. Warum kämpft er dort aber? Das macht mich gerade richtig aggressiv. Du kannst es noch schaffen, du kannst es noch schaffen, weil Tankschill ist Ding. Geh aber nicht mehr. Du kannst den Wolf töten, dann kannst du Fleisch aufheben. Okay. Gut, gut, gut. Und dann geh bei Ding. Und dann geh mit Luftschiff. Auch wenn ich keine Ahnung habe. Das ist Chrom, das ist Chrom, das ist Chrom links. Irgendes was? Nee, 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 mach nicht, mach nicht. Geh einfach, chumpe, geh einfach, chumpe. Ähm, ist hier nicht so ein Automat, der Green Life bringt? Nee, oder? Egal, ich schaffe das schon. Du schaffst das, du schaffst das. Okay, nice, ich hab eure Karten, perfekt. Dicker, das ist so effig. Kennst du am Abend. Kennst du am Abend? Natürlich kennt ihr am Abend. Jutta kennt am Abend. War hier nochmal eine Frage. Warum in Metall? Wie geht der? Hat er ja? Mein Bein tut so weh, weil ich belandet. ja Jungs jetzt nicht mehr sterben sonst wird es kritisch ja ja ich pass auf ich bin ja einfach nicht schwer wenn weggekehrt wird fliegt mal schon mal geradeaus also weiter in die Sohn weil jetzt kommen eh Gegner müssen direkt weg ja ja schließen schließlich ja 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 er geht doch genau dort hin wo ich ihn gehe wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit dass wir gewinnen werden 25 Prozent wenn ich nicht ausgerissen hab ja 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 da finden wir bestimmt hat jemand Blut? also Munition ja ich splitte alles teilt äh teilt gib ihnen auch die Hälfte davon von was? von der wo ich gesplittet hab ach soo hier sind so viele Pampons hast du jetzt? 21 okay ich bin 21 äh vor mir Gegner ich komme ich komme ich komme das ist eine 1 1 die zwei ja okay das wird er win 39 das sind doch keine bots auf einmal das sind's auch nicht einer ist oh digga ich muss mir nicht gehen wo sind die schön sie mix ich wüsste nicht mal wo Gegner sind hier bg und ich raste so aus ja das ist das schlimmste hier bg ich war doch gegner oder nein nein das verbot oh jungen nicht erschrocken äh das ist ja erst lila okay hier wer will ja okay mach einfach ich hab drei bg's und fünf minis kannst du mir minis geben soll ich dir ja 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 oder soll ich den fisch mitnehmen oder kannst du mitnehmen ich kann nix mitnehmen ich kann nix mitnehmen okay dann nimm du fisch mit ich hab noch mit hier nene ich hab den getroppt vier leute noch geschafft wie easy ja ja jetzt sind noch drei teams mitnehmen 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 ja endlich mitnehmen 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 habe oder bleib einfach auf high ground dann haben wir eigentlich gewonnen die sind dort hinten ich weiß ich hab die gesehen ich öffne die ich hab den zu euch wo die äffne doch hier äh elina ne erstschuss ich hab keinen mensch mehr fällt mir auf nein ich hab den lina ne erstschuss die kommt die kommt von wo von wo ja ich höre fliege ich höre wie eine fliege um ja einer ist bei mir um der kommt runter der kommt runter ich hab rocket gemacht ich komm zu dir wo ich hab kein match mehr ich hab kein match mehr schwierig komm runter lass ihn runter bauen er ist slow er ist 1 AP 1 AP erhielt dich mach dir so gut nix den Boden weg ach der ist solo aber ist slow ja das macht er so ernst alter der Typ hat sich noch diese scheiße er ist nicht schlecht er ist nicht schlecht komm ich schaff's jetzt auf ja stark kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn kill ihn dann sagt er wo wir sind na egal ja 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 er ist gefinished alles gut oh mein gott bitte 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 komm zieh durch zieh durch zieh durch ich schaff doch ja 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 weg von da ich hab nur minis ich hab nur minis hier ist noch ein bg er hat noch ein bg ah diese ekelhafte waffe ist auch noch in diesem dreck spiel oh mein gott digga was machen wir hast du meds ja er hat nicht so ganz viele aber er kann er hat jetzt nach oh mein gott was soll ich machen die weg er bleibt einfach ich kann die nicht ich kann die nicht die sind da oben einer ist da oben ich muss einen irgendwie nocken ich muss einen irgendwie nocken so ein wompump oder so ich schaff dir easy ich schaff dir easy ich hab dir was gekämpft oh mein gott mit hallo rat schaff dir es ich wird ich ich er Halt die Krippe. Ey, Yusuf, Yusuf, kannst du dich kurz stumm, weil deine Playstation ist so laut? Erzisch, wie stumm, erzisch, wie stumm, erzisch, wie stumm. Ah, du bestellst, bestellst. Von hinten auch noch. Ja, was soll ich denn machen? Ah, kannst du mich ändern, bitte? Ja, safe. Danke, Bruder. Danke, danke. Wenn ihr noch eine Runde mit denen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da, neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos und tschüss.